Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal DividendenTV, dein Kanal für den langfristigen Vermögensaufbau. Mein Name ist David und ich beantworte heute wieder eine Zuschauerfrage. Der Max hat mich gefragt, würdest du lieber in eine oder doch lieber in 100 Aktien investieren, wenn du dich entscheiden müsstest? Ja, eine spannende Frage. Daher habe ich mir gedacht, ich beantworte diese gleich mal mit einem Video. Nun ja, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, mein ganzes Geld in eine oder in 100 Aktien zu investieren, dann würde ich ganz klar die 100 Aktien nehmen. Mir wäre das Risiko bei einer einzelnen Aktie doch deutlich zu hoch. Denn bei einem einzelnen Unternehmen kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren, mit dem heute noch keiner rechnet. Beispielsweise könnte mit dem CEO überraschend etwas passieren oder die Branche entwickelt sich völlig anders, als man das heute erwarten würde. Aber wenn ich schon vom Risiko spreche, was versteht man eigentlich unter Risiko? Meist wird unter Risiko die Volatilität, also die Schwankung einer Aktie beschrieben. Das bedeutet, eine Aktie, die stark schwankt, ist sehr risikoreich. Eine Aktie, die kaum Schwankungen aufweist, ist sehr sicher. Ich kann dieser Definition von Risiko leider nicht ganz zustimmen. Für mich ist ein Risiko, wenn nach langer Anlagedauer ein Investment entweder weniger wert ist, als damals beim Einstandskurs, oder deutlich schlechtere Rendite abgeworfen hat, als vergleichbare Investments. Nur aufgrund der Schwankung kann man meiner Meinung nach kein Risiko messen. Es gibt hervorragende Unternehmen, die in der Krise 70% gefallen sind, aber alles schon wieder mehrfach aufgeholt haben. Und so kann es auch bei einem breiten Index sein, dass dieser um 50% fällt. Andere Aktien wiederum, wie McDonalds, sind auch in der Krise weiter nachgefragt worden und weiter gestiegen. Dies heißt aber nicht, dass so eine Aktie unbedingt sicherer sein muss, als ein breiter Index. So, was wäre nun die optimale Anzahl an Aktienpositionen fürs Depot? Ich denke, die optimale Größe liegt auf jeden Fall zwischen 1 und 100. Um eine Mindestdiversifikation zu erreichen, ist es auf jeden Fall notwendig, zumindest 10 Aktien im Portfolio zu haben. Andererseits finde ich aber auch, dass eine Anzahl von 100 Werten im Portfolio sehr unübersichtlich wird und man sich so nicht mehr mit den Unternehmen wirklich auseinandersetzen kann. Ich persönlich habe aktuell 25 Werte im Portfolio und werde mein Portfolio vielleicht noch auf 30 bis 35 Titel aufstocken. Das ist noch in einem übersichtlichen Rahmen. Man kennt die Unternehmen, kann sich damit auseinandersetzen und hat trotzdem bereits, wenn man die Titel gut ausgewählt hat, eine breite Diversifikation. Ich habe mir hier quasi einen eigenen Index gebaut. Dieser besteht zum Großteil aus amerikanischen Titeln und auch aus einigen europäischen Aktien, welche auf verschiedene Länder verteilt sind. Aktuell kaufe ich aber keine Unternehmen mehr zu, nur um 30 oder 35 Werte zu erreichen. Ich fühle mich mit den 25 schon sehr wohl und wenn sich wo eine gute Chance ergibt, bei relativ geringen Risiken, dann steige ich gerne ein und nehme noch die eine oder andere Aktie dazu. Wenn dies nicht der Fall ist, bleibe ich auch gerne bei den 25 und stocke einfach bestehende Positionen weiter auf. Wichtig ist es aber, in seinem Portfolio eine echte Diversifikation zu erreichen. Was meine ich damit? Man ist nicht automatisch gut diversifiziert, nur weil man viele Aktien im Portfolio hat. Unter echter Diversifikation verstehe ich vor allem vier Punkte. Der erste Punkt sind die verschiedenen Länder. Der zweite Punkt die verschiedenen Währungen. Der dritte Punkt verschiedene Branchen. Und der vierte Punkt die unterschiedlichen Unternehmensarten. Damit meine ich unterschiedliche Unternehmensgrößen oder zum Beispiel Value und Growth Unternehmen. Ein negatives Beispiel für Diversifikation wäre zum Beispiel der DAX. Hier haben wir nur 30 Werte. Diese sind alle ausschließlich aus Deutschland. Alle im Euro. Alle sind große Unternehmen. Und sehr viele in derselben Branche. Zum Beispiel viel in der Automobilbranche. Bevor man jetzt aber als Privatanleger versucht, sich hunderte von Werte ins Depot zu legen, sollte man vielleicht darüber nachdenken, einfach einen ETF zu kaufen. Ich nehme hier als Beispiel den MSCI All Country World ETF. Dieser besteht aus rund 2500 Unternehmen, welche sich über die ganze Welt verteilen. Hier kann für sehr geringe Kosten bereits mit einer monatlichen Sparrate von 25 Euro angefangen werden, anteilig die ganze Welt zu besparen. Doch auch hier muss man folgendes bedenken. Die größten 10 Werte von den 2500 machen bereits bei der Gewichtung über 11% des Index aus. Die größten 100 Aktien machen bereits über 40% aus, wohingegen die kleinsten 500 Werte nur 12% ausmachen. Man sieht also, wenn man sich 100 große Unternehmen breit über die Welt verteilt kaufen würde, würde man schon ziemlich exakt die Performance von einem MSCI All Country World ETF nachbilden. Denn die kleinen Werte spielen hier kaum eine Rolle. Wichtig ist hier also zu bedenken, je mehr Werte man im Portfolio hat, desto näher ist man an der Rendite des Gesamtmarktes. Es wird nicht möglich sein, mit hunderten von Aktien eine klare Outperformance gegenüber dem Index zu schaffen. Genauso wird man aber auch nicht deutlich schlechter als der Markt performen, wenn man über 100 Aktien im Portfolio hat. Darum raten viele Experten, wie zum Beispiel Warren Buffett oder Bill Gates zu einem konzentrierten Portfolio. Dies heißt, dass man sich wirklich auf weniger Unternehmen konzentriert und diese perfekt analysiert und bestens über diese Bescheid weiß. Warren Buffett hat zum Beispiel ein Depot mit knapp 80 Werten, wobei aber die 10 größten Positionen bereits einen sehr großen Teil der Gewichtung ausmachen. Besonders Apple, dieses Unternehmen, macht gleich mal ein Viertel des Depots aus. Wenn man sich als Ziel gesetzt hat, den Markt deutlich zu schlagen, wäre es eventuell sinnvoll, auf nur 10 Aktien zu setzen. Nun komme ich zum Fazit. Mit einer echten Diversifikation kann man bereits mit 30 Werten ein sehr gut strukturiertes Portfolio aufbauen. Experten wie Warren Buffett empfehlen häufig, auf weniger Aktien zu setzen und sich wirklich noch intensiver mit den Unternehmen auseinanderzusetzen. Meiner Meinung nach ist aber nicht jeder so ein Genie wie Warren Buffett und sollte vielleicht auf etwas mehr Unternehmen und eine breitere Streuung achten. So, nun sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich freue mich, dass ihr wieder zugesehen habt. Bereits am Sonntag kommt die nächste Analyse zu Walt Disney. Walt Disney hat sich durchgesetzt gegen BlackRock in der Abstimmung auf Instagram mit knapp 60% der Stimmen und an alle, die für BlackRock gestimmt haben und das waren auch einige, bitte ich um Geduld. Es wird sicherlich dieses Unternehmen auch noch kommen und bei der nächsten Abstimmung wird es dann auch die Möglichkeit geben, direkt auch auf YouTube abzustimmen für alle, die nicht auf Instagram sind. So könnt ihr alle mitentscheiden, wie sich der Kanal weiterentwickelt und ich hoffe, ihr lasst mein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Dann sage ich noch, danke fürs Zusehen und bis am Sonntag.